Oh Gott! Oh, tot! Connection lost! Flying is not enabled on the server! Yo! Der ist einfach übelst der JD Der JD Der Jedi, der Jedi, alter Der mit seinem Messer einfach die Pfeile abwehren kann Der Standart Alle Pfeile da abgewehrt Jawoll Er hat gesagt er will mich aufhängen also von daher Bronn ist mein Freund Er werde ich dich umbringen Gott segne dich Zeit zu sterben ihr Haufen Terrescheiße Dann bin ich doch eher auf der Nordischen Seite Einfach übelst aus dem Leben geschossen den Typen Also was sollte das? Oh nein Habe ich es kaputt gemacht? Woah Ich habe es nicht kaputt gemacht Oh! Jetzt habe ich es kaputt gemacht Oh! 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 Yeah! 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 So jetzt bist du dran Los du bist dran alter Mann Der wehrt sich nicht mal Der wehrt sich nicht mal Oder war das stumpf? Oh! Nee! Nee komm! Oh fuck! Das sind ja... Wie viele Bären! Wie viele Bären! Wie viele Bären! Du kommst jetzt mal Du kommst dir mal Wann? Der ist glitzt aus her! Wie leuchtet Der leuchtet Die letzte Truhe schmeiße ich ihnen in den Kopf was istin so Die krieg er gegen Kopf geworfen Huh?! Grinnen das aber dein Mount Das ist jetzt gerade gar nicht so... Oh no, Ankylo! Nein! Er ist runtergefallen und man hört einfach nur einen Todesschrei des Todes. No! Ich hab ihn direkt von T-Rex geworfen! Der will man Ankylo und nicht an den Stacheln knabbern. Oh nein, er greift meine Base an. Nein. Oh! Brownie, der Braunbär, ist völlig schwerelos. Sammeln's ein. Ja, ich hab's. Renn, renn, renn! Oh mein! Ich muss ja da rüberkommen, also muss ich einmal schwimmen. Oh! Da kam einfach ein Kackhaufen vor dem Berg runter gewollt. Ich glaub's nicht. Bleib mal stehen. Ja! Gehittet! Jo! Mit einem Schuss gelegt. Perfekt. Easy, brother! Easy! Weil das Problem ist, wenn man hier einfach ins Wasser rein sprengt, dann passiert Folgendes. Und man denkt sich, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Ich schwimm hier einfach ein bisschen rum. Und dann, Bruder, wo kommen diese ganzen Piranhas her? Wow! Dieses ganze Wasser ist einfach Piranha verseucht. Das Todes. Und dann denkt man sich, oh, ein Blutstrahl. Oh mein Gott, nein! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ein Gast! Oh mein Gott, das ist ein echter Gast! Ein Gast! Ein... G-g-g-g-g-gast! Der Nico kriegt uns alle... Au! Au! Ho 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 ho! Jetzt höre ich wieder das Gewitter. Oh! Richtig heftiger Loot in den Kisten. Das ist einfach der halbe Raum in die Luft gegangen. Oh shit! Oh nein! Oh shit, eine Selbstmordkatze! War das einfach eine Kami-Katze? Oh shit! Ah! 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 Ja, ach! Deinen müssen... ...haben sie gefunden! Hier sind Pferdchen! Ich will es umbringen! Ja! Ja, ach ruhig auch! Oh! Das war's! Weg ist es! Das L-A-G-E-E-R! Hey! Ach, geht nicht in die Hand, okay! Wollen wir uns aufteilen und nochmal so'n Ding suchen, oder? Eins sind... Äh! Ich frag mich ja, was passiert, wenn man Medusa mit Looting... ...was hatte ich jetzt? ...mit Looting 4 tötet. Oh nein! Wollen ich zu viel abbauen? What the fuck? Haben die Feuerbälle ernsthaft die Tür zerschossen? Ne, der Loot war absolut nicht der Hammer. Der war ganz schön schlecht. Ah ne, da ist die Ding! Nein! Oh nein! Wenn das Bär einfach überschäumt! Oh! Endlich lohnt sich das mal! Wow! Richtig edlen Raum jetzt! Fick dich! Ja, hab ich! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Oh! Tot! Und mein Spiel ist abgestürzt! Connection lost! Flying is not enabled on the server! Was denn? Ha! Ein Blitz! Weee! Weißt du, was ich jetzt mach? Was denn? Guck mal! Hehehehe! Oh! Meine Hose ist ins Wasser gefallen! Oh, das ärgert mich hier selbst ein bisschen! Sind die hier schon gegossen? Oh! Ne? Ne, die sind noch nicht gegossen! Ne! Wer hat's vergessen! Die sind noch nicht gegossen! Die sind noch nicht gegossen! Die sind noch nicht gegossen! Yeah! Ich habe schon mit dem Sägen und hinterher. Das war ich jetzt noch nicht! Wir haben dann einen hohen. Untertitelung des ZDF, 2020